Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Jurassic World Evolution Und ich versuche gerade mal den hier kurz einzufangen Bevor der nämlich gleich abdüst Weil ich muss die gleich weg transportieren Solange der noch hier unterwegs ist, kann ich mir den hier schön wegfuttern So, okay Meine Lieben, das ist mal, das ist mal Dino-Liebe Ja, absolut Das ist Dino-Liebe Ich finde das gut Okay Irgendwo haben wir niedrige Gesundheit Warte mal ganz kurz Wo ist die niedrige Gesundheit zu finden? Oh, die sind ja noch wirklich betäubt, Mensch Okay, die müssen auf jeden Fall gleich mal rumlaufen Dann geben wir dem Team hier noch mal Gleich mal eine Heilungsaufgabe Okay, dann haben wir da jetzt hoffentlich gleich wieder Ruhe Da wünschte ich mir auch hier oben noch mal eine Info Achtung, da sind noch Dinos betäubt Kümmer dich mal bitte Das wäre toll So, der kommt hier unten in das zweite Gehege Der kommt auch mit rein Klaus ist auch hinüber Oh Mann Jetzt geht es aber rund hier So, die drei wandern jetzt hier rüber Ist ganz schön was los bei uns, ne? Zustellung abgeschlossen Haben die beiden Jungs hier abgeschlossen? Okay Produkt wurde eingesammelt Der hat mega Hunger Okay, der sollte jetzt sich hier deutlich verbessern Ja, der ist ziemlich, ziemlich lang betäubt gewesen Gesundheit nimmt auch nach wie vor noch ab Habe ich so zumindest das Gefühl, den Eindruck So, ich hoffe, der trinkt jetzt auch gleich noch was Weil das wäre extrem hilfreich So, haben wir jetzt noch irgendeinen betäubten? Nein Denen geht es auch mittlerweile deutlich besser Der wird auf jeden Fall jetzt Gesundet So, Klaus wird geholt Da ist schon der Auftrag raus Und hier kommt die Kommen die Dinos Werden geholt Gut Okay Haben wir eigentlich jetzt Da sind nur die Drakos drin Denen geht es hoffentlich mittlerweile ganz gut Die sind relativ hart sozialisiert mittlerweile Okay Sehr viele, sehr viele Sachen gerade unterwegs Wir sollen die Dino-Bewertung weiter hochbekommen Und das brauchen wir einfach mit der Wir müssen die Fürsorgestrafe runterbekommen Dafür mehr Dinos reinbekommen Und dann sind wir eigentlich ganz guter Ganz guter Dinge Wir entwickeln natürlich in der Zwischenzeit weiter Genome Weil, ähm Kostet ja nichts, ne Also ist ja wichtig Haben wir Forschung noch? Nein, ne Doch, hier ist die Forschung Die übernimmt Die übernimmt er hier rüber Nein Holy moly Die übernimmt er von Insel zu Insel Echt jetzt? Oh, das ist geil Das heißt, ich gehe auf eine neue Insel Produkt zugestellt Schalte mir den ganzen Tech-Tree-File Mit einem Forschungszentrum Und danach gehe ich auf eine alte Insel zurück Und forsch da den ganzen Tech-Tree durch Well Hey, so wenn das so funktioniert Bin ich total begeistert Dann mag ich das total gerne So, jetzt werden die Jungs gleich hier abgeladen Da ist ein Cory auch am Start Der hat auch ein bisschen Hunger Hat der, findet ihr Ist das Oh, braucht den hohen Nahrungsbaum Warte mal kurz Ich probiere das mal Ich glaube, das ist zu hoch, oder? Produkt in der Luft Weiß es nicht Produktzustellung bestätigt Okay, jetzt sollten endlich die Ach, Klaus wird abgeholt Okay Für Klaus hätte ich allerdings Hätte ich noch eine Idee Wir haben doch einen Rachiosaurus erforscht Aber wir haben auch diese Paras Ich hätte bloß gerade noch mal eine andere Idee Edmondos Velotrakos Thorosaurus Schauen ein bisschen so aus wie die Triceratops Die haben aber sehr schwach nur geforscht Die haben aber sehr schwach nur geforscht hier unten Da bräuchten wir bei den Wie heißen die Dinger? Warte mal ganz kurz Para Die Parasaurier Sehr schön Weitere Forschungen abgeschlossen Das freut mich enorm Okay Parasaurus Da müssen wir ein Team hinschicken Gott Weitere Teams raus Dino Bewertung Vier Sterne Go, go, go Wir arbeiten dran Wir haben Kampfverrufenheit Okay Ja, warum nicht Da könnte man auch noch ein bisschen was gewinnen Machen wir mal Machen wir nochmal eine Struzio-Runde Diesmal aber ins Raptoren-Gehege Ich möchte mal ausprobieren Ob das Ob das quasi Anderweitig auch noch funktioniert Ob wir damit die Kampfverrufenheit Hochbekommen Das wäre mal eine Idee Das wäre mal eine echte Idee Da müssen wir mal ganz kurz hinschauen Ingen-Datenbank ist klar Dann machen wir die Forschung hier mal weiter Weil hier tut es nicht weh Wenn wir Geld ausgeben Gut, den Gegenstand hier haben wir Dann können wir das noch durchforschen Okay So Hier wieder mal eine neue Runde Mittlerweile kommen wir so schnell ans forschen hier Das ist Wahnsinn wie schnell das geht Okay, machen wir weiter Immer schön die Teams laufen lassen Okay, eine Krankheit Müssen wir gleich uns drum kümmern Nein, 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 nein Nein Echt jetzt, really Da war ich zu langsam Okay Checken wir mal ganz kurz die Krankheit Das müssen wir uns jetzt nicht mit anschauen Toter Dino Draco Ne, kein Draco, oder? Kommt auf die Liste Fähige Aufgabe hinzu Okay Wo ist Wo ist ein toter Dino? Ach, das warten, ja Ich Idiot Hast du dich festgefahren? Echt jetzt? Neues Produkt identifiziert Okay Okay Gas, Gas, Gas Auf geht's Auf geht's Das ist Grand Left Jurassic World Oh, okay Ja, ist klar Pass auf Karte checken Wir haben hier definitiv mehrere Sorgenkinder Ein Ranger Team ist auf jeden Fall hier Wo ist der andere? Also hier haben wir einen Hier oben haben wir noch ein Problem Oh nein, Enrique Zur Abholung des Produkts unterwegs Und hier haben wir die ganzen Struzios Unterwegs, um Produkt abzuholen So, hier ist aber keiner mehr drin, oder? Nein Okay, zu das Ding So, die Krankheit Mir fehlt aber immer noch ein Dino, der krank sein soll Ah, hier oben Kein Problem Da können wir denen auch gleich mal Ähm, noch die Aufgabe geben Hier aufzufüllen Okay, jetzt haben wir das alles hoffentlich mal langsam in den Griff bekommen Forschungszentrum Genau, weiter forschen Fossilien checken Gut Weiter Expeditionen starten Hier könnte man natürlich mega geil Tyrannosaurus züchten Wäre hier total easy Okay Ich wollte aber jetzt eigentlich was anderes probieren Aber das kriege ich glaube ich hier nicht hin Ich muss mal hier lang Vorsicht Jungs, Vorsicht Ich verliere die Kontrolle Okay Moment Der ist noch gut Und jetzt Ist kaputt Oh, 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 oh Ah, mother of God Foto-Modus Trauriges Foto Oh no Ist wie ein Unfall Man will nicht hinschauen Aber man muss einfach Gib it to me, baby Was jetzt? Ich glaube, das ist die Kartengrenze Die mich so dermaßen ausblockiert Ich habe gedacht Das schaffe ich nicht Da durch den Wald Oh God Erhalte Produktbericht Was? Vorsicht Wilder Zwerg Ohohohoho Warte mal Jetzt eskaliert es gerade Mit den Bei all dem Spaß Aber jetzt müssen wir gerade ein bisschen aufpassen Und werden die Dinos gerade alle krank Verstanden Verstanden Anfrage bestätigt Lege weitere Aufgabe fest Da Verstanden Kein Problem Okay Füge Aufgabe hinzu Okay 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 Oh Wir hatten die Dino-Bewertung mal ganz kurz oben Ja Das ist jetzt wieder die blöde Fürsorgestrafe Oh Oh die endlich mal Die wollte ich die ganze Zeit schon mal ein bisschen zusammenforschen Die kriegen das noch hin Die Gastanzahl auf über vier irgendwas zu halten Das ist gar nicht so easy wie es klingt Gäste Dafür bräuchten wir quasi fast schon gezwungenermaßen Ein Ein neues Hotel Und das sehe ich fast nur hier im Kommen Da müssten wir dieses Areal ein bisschen kleiner fahren Verbaut Achso Ja So dann ist das jetzt hier zu Da ist ja nichts drin Richtig Richtig So 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 hier ist zu Dann Terrain Terrain anpassen So Dann Abebenen So Dann Gäste Echt jetzt Terrain-Uberschränkungen Okay Hier rein So Dann Gäste Souvenirladen Kriegen wir den noch unter Dann müssen wir hier nochmal Terraforming machen Okay Schauen wir mal Oder wenigstens was zu beißen Wenigstens ein Essen Wenigstens irgendwas zu essen hier rein bekommen Wäre schon super Nee Hier kriegen wir die Terrain-Beschränkungen nicht hin Warte mal ganz kurz Okay Nicht mal mit viel Bitten und Betteln Na Oder hier bauen wir es nochmal auf So Wir müssen nochmal so Nicht mit viel Bitten und Betteln Aber so vielleicht So Okay Kümmern wir uns ums Wesentliche Hier ist ein Velociraptor krank Kommt auf die Liste Immer noch mega viele Krankheiten hier Und die werden alle krank Aufgabe erhalten Wir müssen uns da schneller drum kümmern Das ist jetzt Das hat jetzt gar keinen Wert Hier sind Draco Rex auch schon gestorben Das geht gar nicht So Okay Vollgas meine Lieben Wer hat die niedrige Gesundheit gerade Ist das der hier hinten Nee der hat noch relativ gute Gesundheit Er freut sich bester Gesundheit Muss der hier sein Der da Geht zur Basis zurück Schauen wir mal Wir müssen das jetzt wirklich Konsequenter verfolgen Meine Lieben Kann ich da eigentlich irgendwas anderes auswählen? Nee Produkt wird transportiert Die haben alle ein bisschen Krankheiten Nachschubanfrage erhalten Dir geht es gar nicht gut Kleiner Was hast du Kompulback da Okay Ja da kommt er schon Die Rettung ist Die Rettung naht So Na guck Was ist denn Freunde Komm der hat nicht mehr viel Zeit Na also Oh ja das hilft schon mal Und da ist der zweite drin Gut Wer ist noch befallen? Da hinten noch einer Kommt auf die Liste Gleich Gleich beseitigen Nur nicht lange rumfackeln hier Der wird gleich Hier behandelt Das darf nicht grassieren Das Zeug Wenn der einmal drin ist Haben wir ein Problem Na ja Aber den triffst du jetzt Oder? Echt jetzt Ja Na also Endlich haben wir es unter Kontrolle gebracht Das ist ja Der hat ja den Park Wirklich fast schon verwüstet Möchte ich fast sagen Okay So Das wird schon Gastanzahl müssen wir jetzt Natürlich immer noch Ähm Bräuchten wir jetzt natürlich Immer noch ein bisschen Liebe Wie viele Gäste haben wir aktuell im Park? 3,5 Okay Okay Die Dino Bewertung ist eine Mittlere Katastrophe Sehe ich ein Wir müssen jetzt auch mal gucken Dass wir wieder neuen Nachschub züchten Unsere Gehege sind nämlich Hier ein bisschen verweist Da sind Edmondos Patriceratops Patriceratops Hier drüben haben wir die Dracos Die sind auch ein bisschen Allein mittlerweile Wie geht's euch da unten Ihr wollt gern mehr Freunde haben Ne Toter Dino Je größer so ein Park wird Desto problematischer hast du Ne Also hier brauchen wir auf jeden Fall Draco Rex Wo ist die Auffüllstation Hier oben ist eine leer Okay Unterwegs zur Futterstation Gut Haben wir alles in Auftrag gegeben Können wir jetzt erstmal An der Stelle Kleines Päuschen einlegen Oder? Würde ich sagen Und ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn ihr Bock habt Bis dahin Danke euch einfach fürs Zuschauen Habt eine wunderschöne Zeit Lasst sich verdammt nochmal richtig geil gut gehen Und ja Gehabt euch wohl Bis dann Und jetzt weg Auf Zwecktübe Ciao